Die Ausstellung handelt von Patres aus dem Kloster Engelberg und von Schwestern, Klosterfrauen aus dem Kloster Maria Rickenbach, die in den 1870 Jahren nach Amerika auswanderten, um dort neue Klöster zu gründen. Die Aktualität ist natürlich das 900-jährige Bestehen unseres Klosters in Engelberg. Und dass dieses Kloster, obwohl es da hinter den sieben Bergen ist, hat in die ganze Welt hinausgestrahlt bis heute. Diese beiden Klöster, Maria Rickenbach und Engelberg, die Archive, die waren für mich Fundgruben. Ich habe da wirklich sehr schöne Exponate gefunden. Eines der Exponate, die mir am besten gefallen, ist ein Bild der Schwestern von Conception. Das Bild zeigt, wie erfolgreich diese Schwestern waren, schon von Anfang an. Die ganze Auseinandersetzung mit der Indianermission, das ist ein heikles Thema. Das nennt man heute Ethnozie. Das war eigentlich das Bestreben der amerikanischen Regierung, die indianische Lebensweise quasi auszurotten. Und die Schwestern und Patres waren mit ihren Missionen Teil dieses Prozesses. Aber in ihren eigenen Augen war das eine sehr grosse und gute Tat, die sie da machten. Und da die Balance zu finden zwischen Geschichtsschreibung, die die heutigen Erkenntnisse einfließen lässt, und auch die Sicht der damaligen Zeit nicht einfach abzuurteilen aus heutiger Sicht. Das war anspruchsvoll, aber auch sehr spannend und interessant. Es ist alles gut, kurz und bündig lesbar und gibt wirklich einen pointierten und interessanten Einblick. Das war es gut. Das war es gut. Das war es gut.